Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Hamburg. Die Wohnung wird 2014 erbaut und über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Immobilie ist stufenlos zugänglich. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 106 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf ca. 432.300 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Mehr forestiert! Vielen Dank.